ja momo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von kingdom come deliverance in der letzten folge haben ein questgeber umgebracht ich bin sehr stolz drauf und deswegen werden wir mal wieder die falsche tasse drücken nein wir werden uns die quests angucken und wir sind derzeit dabei mit wunder dieser welt wir haben noch zwei sachen zu beschaffen und zwar einen zweig vom richtfest baum das glaub ich einfach und der zahn des knechts namens prokop war das nicht dieser heilige das letzte mal es verwirrt mich jetzt zutiefst naja 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 dann wollen wir mal ich überlege gerade ob es nicht sinnvoller wäre mein pferd zu holen wo muss ich denn hin so wird es ja jetzt haben wir es doch so da ist der tode questgeber und beschaffe einen zweig vom richtfest baum das heißt er wird hier oben irgendwo sein das wird ja easy aber wo ist der andere der müsste doch hier sein wir werden sie werden sehen auch hier ist es zu tief ich habe nicht mehr bemerkt dass ich ins wasser gegangen bin erst mal eine runde waschen so für die wir wollen eine brücke oder sowas ich glaube ich bin hier auf einer insel gestrandet ist ja cool so eine kleine insel da hätte ich mein haus drauf gebaut aber höchstwahrscheinlich wäre es dann abgesoffen wegen matschig und so du bist in einem privaten bereich ja sorry aber ich muss hier durch ach jetzt komme ich schon wieder hier hin ja wie verlaufen stehst du auch noch im weg mädel ach da ich bin wirklich falsch gelaufen so versuchen wir einfach hier entlang zu laufen halt falsche richtung fängt ja gut an aber heutige folge erst mal komplett verlaufen so kann ich nicht einfach eine schlägerei anzetteln und ihm den zahn ausschlagen ich glaube das wäre das realistische irgendwie so ähnlich so gucken wir mal wo der hans die da ist aber der zahnschmerzen hat kann auch gezogen werden muss er sich nicht so anstellen du bist ne pro kopf hallo was willst du äh dein zahn muss höllisch wehtun das sieht nicht gut aus wovon redest du dein zahn der tut sicher höllisch weh woher weißt du davon ich bin arzt ich habe gehört wie du dich darüber beklagt ist eine schlägerei anfangen bitte schmau als mann der medizin erkenne ich die anzeichen eines kranken zahns dein gesicht ist aufgedunsen schwitzt und wie du atmest alles ganz typisch du bist arzt das sagte ich doch und wenn du meinen rat willst lass ihn ziehen in der stadt gibt es einen schmied nein 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 nie im leben begebe ich mich in die hände dieses schlechters ich verstehe aber pass auf ich kenne mich mit der heilkunst aus ich könnte dich doch begleiten und dafür sorgen dass alles gut geht ich glaub dir ja aber lass es gut sein es wird schon wieder wenn du meinst den zahn wegen deines zahns was ist dein problem ich will ihn das ist doch sonnenklar der zahn macht aus dir ein aufgedunsenes hässliches schwein aber das ist bei deinem dämlichen gesichtsausdruck sowieso einerlei was du bastard du wachst es außerdem stinkst du nach pferdeäpfeln aber der gestank der dir aus dem maul kommt übertrifft das noch genug ich schlag dir die zahn raus was zum teufel hä was war das denn gerade hau das hat mich echt viel ausdauer gekostet so jetzt kriegst ne fette kombo ins gesicht ich muss auf meine ausdauer aufpassen herr gott nein oh gott oh gott oh gott na komm schon ich war zuerst komm gib mir deinen zahn scheißkerl vor allem so ein zahn im mittelalter ziehen beim schmied nur weil du zahnschmerzen hast hätte ich jetzt gar keine zähne mehr ich habe immer löcher in den zähnen aber es ist nicht weil ich hier irgendwie äh meine zähne nicht putzen sondern weil ich einfach welche zähne habe und das ist echt kacke so haa ausgewichen und meine schwester hat das richtig schlimm erwischt weil sie einen krümelzahn hatte oder krümelzähne hat ähm das heißt ihre zähne sind sehr schnell beschädigt dann bin ich froh dass ich das nicht habe äh gib mir deinen zahn so das tun wir auch gleich mit essen kann man immer gebrauchen nette Axt na brauche ich nicht kannst du behalten so ok jetzt brauchen wir eigentlich nur noch äh das Ding auf dem Gerüst ne und dafür müssen wir da rauf warte kurz fertig ja 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 so und hier wollen wir heute rauf klettern ja wie echte profi bergsteiger mit leitern hehehe oh man ich hasse es hier rauf zu klettern weil es dauert ewig guckt guckt euch das doch mal an weißt du ich mein ich so langsam will ich nicht mehr beim klettern und dann braucht er hier einfach Ewigkeiten bis er da ganz oben ist da da wieso taumelt der da rum ich weiß es nicht der taumelt einfach wie so ein Idiot soo ja cool ne nehmen wir das hier wenigstens mit äh wo ist die nächste Nacht da soo ist das ätzend dann müsst ihr euch vorstellen ich muss da noch runter laufen ach man hab ich jetzt schon keinen Bock drauf den ganzen Leitern wieder runter klettern zu müssen hm vielleicht kann ich runter schnell reisen ich hoffe es doch da bedanken wir nochmal die Truhe ich mein wenn wir schon mal hier sind und wir haben noch Attributpunkte zu verteilen stimmt wir haben gerade auch schon wieder Stärke und alles bekommen da schon wieder oh man ok machen wir erstmal die Attributpunkte es lenkt mich ab vom ganzen klettern und wir fangen an mit äh da wir haben Punkte war das nicht in Stärke Stärke verbessert gehabt so Heimlichkeit haben wir auf jeden Fall und zwar haben wir noch drei Sachen wir haben noch nachdem du ein Verbrechen begangen hast erhältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke und Vitalität bis du erwischt wirst oder den Tatort verlässt wenn nach dir gesucht wird fallen ist fällt es den Leuten schwerer dein Gesicht zu erkennen und sie geben die Suche schneller auf Hunde bell dich nicht an ja nehmen wir das komm so viele Möglichkeiten haben wir eigentlich mehr ups das wollte ich nicht Freunde das wollte ich nicht das hier wollte ich machen das das auch nicht das hier wollte ich machen so Taschendiebstahl äh da haben wir noch ein bisschen mehr ok Auf einer Wellenlänge erhöht die Chance eine erfolgreiche Taschendiebstahl zu machen wenn ein Opfer die gleiche Charisma-Stufe hat wenn dich jemand ein bisschen mag und beim Taschendiebstahl erwischt wird diese Person dir keine Wache auf den Hals setzen wenn du verhaftet und durchsuchst wirst verbleiben einige gestohlene Gegenstände im Inventar äh ja nehmen wir versteckte Taschen geht ganz gut ich drück mal die falsche Taste ey aber ich hatte doch noch irgendwie einen auf Stärke aber ich glaub mit Stärke bin ich durch oder? ich hab auch noch Punkte frei hm na gut meine Energie ist übrigens voll am Arsch ich müsste langsam mal wieder ins Bettchen so ah ich bin oben ah ich hab's geschafft so wie komm ich jetzt da ran was ist das kackviech? sag bloß das ist nicht hier oh Gott ich steck fest kann man das benutzen hier? oh 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 bitte oh bitte nicht komm schon komm schon komm schon hier ja oh ich bin frei oh ich bin frei oh also das ist kackviech wie komm ich da jetzt ran äh 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 wie kommt man denn da jetzt ran? hä? hä? ich mein hier sind so ein paar Balken ne? so wir wissen jetzt wo dieser komische Baum ist wir wissen nur nicht wie wir rankommen vielleicht können wir hier einen von den Leuten fragen Baumeister nein damit hier kann ich nicht reden die Nordseite sind die halben Dachsparrenmorsch und die Südseite haben die Käfer zernacht beflucht das ist ärgerlich ok wir haben hier einen Kran da hilft mir auch nicht weiter ich will da jetzt nicht raufklettern nur bist du voll für'n Arsch du voll für'n Arsch bis Fenster komm ich wahrscheinlich auch nicht ne? na gut klettere ich wieder rauf so da wären wir also wieder ich mein ich würde gerne versuchen irgendwie auf diesen Ding hier rumzulaufen und dann einfach zu greifen ne? aber so rüber gekommen sind wir ja schon mal ne? so ganze verkehrt war es nicht ja gut ich hab's zumindest getroffen und kann ich ups ja ich wollte das Pferdchen nicht rufen ein Versuch ist es wert finde ich ok folgendes wir werden jetzt nämlich das Spiel speichern und werden einen Retterschnaps verwenden hallo ok stand nicht mal dass ich einen Retterschnaps ver- verwendet habe dann werden wir versuchen juhu juhu den einen Balken zu finden das Problem ist dann nur irgendwie wieder zurück zu kommen glaube ich aber wenn ich schaffe den Balken zu treffen können wir gucken ob wir diesen gummischen Baum einfach mitnehmen können das ist jetzt hier die große Frage kennen wir oder können wir nicht es kann nämlich nicht sein was alles so scheiße einfach ist außer diesen Baum zu beschaffen der fack der fack hier ist nehm sonst ist hier nämlich nichts könnte versuchen hier irgendwie aufs Dach zu klettern ja und dann keine Ahnung von da aus da runter springen ist auch nicht wirklich die beste Idee das Ding hat keine Hitbox da kann man glaube ich nicht drauf laufen beschaffe einen Zweig vom Richtfestbaum ach ich soll nur einen Zweig holen nicht den ganzen Baum ich hasse dich so sehr ja Loch ich werde ein Trauma von Löchern haben so ja keine Ahnung versuchen wir es nochmal mit dem Pfeil im Bogen ich check einfach nicht was ich hier machen soll guck mal wie geil die getroffen sind guck mal wie geil die getroffen sind hä? wie komme ich denn da ran? kann ich nicht einfach ne Bombe... oh guck ist ja lustig man kann die Pfeile sehen cool ähm aber ich will doch einfach nur so einen dämlichen Zweig haben was ach die 50.000 Pfeile haben vorher nicht gezählt deck mich doch ich springe jetzt hier den ganzen Weg runter das kostet mich nur Ausdauer cool ja ich habe Hass ich habe Hass Hass ich gehe naja hach hach so äh nur wieder runter will ich jetzt nicht springen oh hach 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 ich habe mich verarscht hach hach ach wegen dem Pfeilen und Bogen er dachte ja das ist ein Scharfschütze oben drauf hach 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 ich suchte da nach dem Rechten oh mein hä was warum klettern jetzt alle da rauf wo ist der Zweig gib hier halt den Scheiß ey so ne dreckige Quest was ich will aufse... ok keine Ahnung wo es das grad war ja hat er rumgesponnen aber gut ich habe drei Wachen gesehen Freunde die Wachen respawnen langsam das ist uncool so aber bringen wir die Quest zum Abschluss Leute das war's vielleicht Marka mich dann wieder und bringt mir Alchemie und so ein Kram bei das wäre echt gut mir fehlt nämlich ein Alchemielehrer alle Alchemielehrer hassen mich ich muss doch irgendwo auf der Welt einen geben der mich mag Moment wir nutzen mal diese Gelegenheit und werden kurz schlafen gehen habe ich hier eigentlich ein dauerhaftes Bett hallo du guten Tag ja 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 wo ist mein Bett ok ich habe hier ein dauerhaftes Bett gibt es hier in der Gegend gibt es hier in der Gegend bestimmt nicht gibt es hier in bestimmt nicht niemand braucht deine Hilfe ich will ich will Gott über dich wachen Arschloch sooo ok schlafen wir erstmal ne Runde schlafen boah ich hoffe ich kann ach naja gut machen wir es so schlafen sooo das hätten wir erledigt jetzt sind wir auch kein Knasti mehr alles ist wie der Dufte bei uns so soll es sein Leute so soll es sein das haben wir hier eigentlich nichts cool ja ach komm ey wie bin ich hier rein geraten äh nein ok hat funktioniert zum Glück ist dieses Pferd sehr schlau und weiß wie man über solche Dinge rüber läuft Oster Scharlatan bring mir bitte Alchemie bei ich brauche wirklich einen Lehrer der mir alles beibringt hey ich kann nicht vom Pferd fallen ich hab's geskillt also hier ist noch irgendwas achso stimmt was hatten wir gemacht versteckte Taschen soo Spieler ühhh reiten mit der festes Sattel erhöht deine Chance dich im Sattel zu halten wenn der Gegner würde dein pferd wird dich außerhalb von kämpfen niemals abwerfen ich habe geworfen und das wird definitiv kein kampf gegen die mauer du was willst du von mir ich weiß es nicht wieso hältst du mich auf ach das war der metzger der fleisch wollte denn ich reden konnte nein deswegen habe ich jedes mal nur eine quest aktiv wegen dieser scheiße jetzt kann ich dem weg zu fuß ablaufen so eine rotze und die bellen mich nicht an wieso verarscht mich dieses spiel hallo was willst du gegenstände über ich habe mich auf die suche gemacht wunderbar was hast du für mich aufgetrieben den zahn der zahn des völlig unheiligen klosterknechtes prokop das mag jetzt stimmen aber es kann sich noch ändern man weiß nie was das leben bringt mag sein aber der war nicht leicht zu kriegen wenn hier jemand wunder wirkt dann ich vielleicht aber ich hörte er hat gelitten wie ein märtyrer dein glücksspiel glücksbringer des würfelspielers eine katzenpfote bitte sehr sehr schön hoffen wir es bringt uns ebenfalls glück noch ein gezinkter würfel nice ein zweig des richtbaums einen zweig des gesegneten richtfestbaums ausgezeichnet wie hast du ihn erlangt ich habe ihn heruntergeschossen nehmt euch in acht vor diesen tausend sasser naja es gab keinen anderen weg das wäre also erledigt zum nächsten thema weiter zur nächsten sache was ist mit einer belohnung was ist mit einer belohnung nicht so schnell junger mann es gibt da noch etwas es ist kompliziert und heikel was denn ein tuch ein tuch genauer gesagt das leichentuch eines kürzlich verstorbenen beschaffe das leichentuch du willst dass ich die kleidung eines toten stehle ich soll die kleidung eines toten stehlen christus nein ich brauche das leichentuch in das die leiche vor dem begräbnis eingewickelt wird spielt es eine rolle von wem ich es nehme und ist es wichtig von wem es stammt es muss jemand sein der ein rechtschaffenes leben geführt hat ich kenne da jemanden einen mann namens lokota der kürzlich verstarb also gut wo finde ich ihn seine familie wartet auf das begräbnis momentan ist er in einer kleinen kirche in sasa aufgebahrt wer war dieser typ und wer war dieser lokota ich weiß nur wenig aber wenn man den einheimischen glaubt war er ehrbar hör dich ruhig ein wenig um kann ich jetzt würde mich in der alchemie unterweisen selbstverständlich ja ich möchte die grundlage gut also endlich jemand der mich mag so würdest du mich ich möchte gut also ja neuer alchemie punkt nice direkt mal auskosten äh spieler alchemie wir hätten die hexer tränke füllen deinen magen und so weiter war was warum salz und rauch geräucherte oder geköcherte gekochte lebensmittel in deinem inventar sind 20 prozent länger haltbar gift das auf eine klinge aufgetragen wird ist länger wirksam tränke die du selbst gebraucht hast kannst du 20 prozent teurer verkaufen nicht grad der geilste scheiß wenn du erfolgreich einen trank brauchst erhältst du einen trank zusätzlich gilt nur für die automatische trankherstellung äh gilt nicht für die automatische trankherstellung das werden wir später machen auf jeden fall routiniert du kannst von nun an automatisch tränke zubereiten die schon einmal zubereitet hast jedoch immer nur einen bei der automatischen trankherstellung werden mit den zutaten für einen trank drei tränke gebraut ach du scheiße na gut nehmen wir giftige klinge so fortgeschritten ach man reicht das noch nicht was ich habe was hast du noch für mich mit taschendiebstahl kannst du mich im taschendiebstahl selbstverständlich ich möchte über die kruz also passt ja 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 taschendiebstahl verbessert kannst du mich selbst ich möchte meine technik gut aber jetzt passt jay noch mehr taschendiebstahl ich werde zum meister freunde meister kann ich wahrscheinlich noch nicht machen kannst du mich selbst ich will ein meister es ist noch kein ähm ich es ist noch kein meister vom höhenfall nirgendwo kann ich meister werden obwohl ich taschendiebstahl mache seitdem ich klein bin na gut freunde ich würde sagen das war's für heute wir sehen uns morgen zu einer neuen folge wieder und dann organisieren wir nämlich aus der kirche das lesseuche gucken ja das ist direkt vor uns da eigentlich das wird easy haut rein euer zero tschüss tschüss